Yo Leute, was geht ab? Mahnstern am Start und willkommen zu einer neuen Roblox-Studio auf einem Gaming-Kanal. Heute spielen wir den Barry's Prison Open, Leute. Ihr seht hier in dem Menü. Wenn wir aufs Spieltippen, dann können wir hier einfach nehmen. Wir nehmen einfach mal einfach, weil schwer ist, vielleicht schwer. Und wir sind hier im Knast gelandet. Oh nein, was haben wir denn verbrochen? Und hier ist Barry. Und was wir jetzt machen müssen, ist hier hochgehen. Und warum furzt der? Gefängnis hier. Wie heißt es hier? Ja, Wertheil oder keine Ahnung, wie man ihn nennt will. Und okay, wir müssen hier den Mien-Schacht erfüllen. Und okay Leute, sollst du euch einfach mal sagen, wenn ihr meine Gaming-Videos feiert, lasst Like und Abo da. Würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen. Checkt meine anderen Kanäle ab, um dort nichts zu verpassen. Und wenn ihr Bock auf Discord habt, dann kommt ihr auch gerne rein. Und ja, sollst du euch einfach mal sagen, ähm... Okay, wir müssen hier hin, genau. Dann gehen wir mal weiter. So, nach oben hüpfen und wieder mal in die Ego. Und ich gehe down. Aus Versehen. Diese Scheiß-Geräusche, die nerven mich doch voll. Ja, dann hüpfen wir hier hin. Let's go. Also wieder mal in die... In der Ego, genau. So, nach oben. Und gehe ich schon wieder down. Okay, nach oben. Oben. Hier. Okay, let's go. Gehen wir mal weiter. Oh, wir sind hier. Ach, hier ist der Gefängnis. Seht ihr den? Oh mein Gott. Oh, wir müssen ihn ablenken. Wir müssen ablenken. Wir müssen ablenken. Oh nein, oh nein. Oh, wir haben einen Knopf gedrückt. Das brauchen wir. Wir müssen, glaube ich, noch hier nach oben. Ey, du kriegst dich niemals. Oh mein Gott, das decken wir. Oh, rennen, 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 rennen. Aha, jetzt kann er nicht mehr weiter. Let's go. Gehen wir weiter. Liefen wir da hin. So. Hier lang. Also alles relativ easy. Okay, wo sind wir hier? Okay, wir müssen hier rein. Oder? Hä? Müssen wir nicht hier rein? Ach, wir sind eine Schaufelung. Jetzt müssen wir uns runtergraben. Machen wir jetzt einfach mal. Damit wir hier uns kommen. Oha, unter dem Gefängnis ist einfach Lava. Wer kennt es nicht? Geht einfach mal hier hin. Ja, diese Steine, äh... Ja, diese Steine sind komisch. So, hier müssen wir beschiften. Hier auch. Okay, let's go. Oha, wie groß ist das denn überhaupt ein Gefängnis unten? Das schaffen wir, glaube ich, sowieso. So, let's go. Oh, jetzt müssen wir uns hier verstecken am Dauernd, genau. Ich schlüsse ein bisschen hier. Verstecken wir auch hier. So, jetzt müssen wir hier lang. Schnell, 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 schnell. So, was ist denn? Wenn das geht, habe ich nicht gerechnet. Jetzt können wir hier lang gehen. Und hier oben ist eine Treppe. Oha, hier ist eine Treppe. Dann gehen wir mal hier hoch. Oha, hier ist ein Ritter. Oh mein Gott. Okay, der hat sich gedreht. Okay, was ist mit dem Ritter? Das ist voll verbockt. Oh, oh, nee, nee, nee. Schnell, schnell, schnell. Komm, ist jetzt hier oben. Ah, wir haben abgelenkt. So. Gehen wir weiter. Nach oben, nach oben. Hier auch. Also eigentlich voll einfach, dieses Obby. Und ich weiß auch nicht, wieso ich einfach down gehe. Ach, okay. Loy. Oha. Oha, das ist krass gemacht. Boah. Loy, okay. Jetzt werden wir nach oben. Okay, fahr. Cafeteria, Sicherheitsbildung. Ach, was ist das hier? Okay, ich trinke gerade hier um so ein Getränk. Jetzt haben wir so Power. Jetzt müssen wir hier remmen. Ich glaube, wir müssen hüpfen. Wir sind bei den gelben Linien hier angekommen. Also, ja, wenn ich die gelben Linien berührt habe. Kann man so sagen. Und ich würde dich da umgeben, bitte. Ja, hüpfen wir hier. Let's go, hier hin. Zack. 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 Und zack. Also, die Sound-Effekte sind komisch. Gehen wir weiter. Ach, hier hin. Okay, was ist das hier? Lager. Finde eine Treppe. Mal bestimmt hier drin. Safe. Der Lagerraum ist doch immer eine Treppe. Schaut, hier ist immer eine Treppe. Hör mal, wie schwer die ist und der kann die voll schnell tragen. So eine Leiter. Jetzt müssen wir hier, glaube ich, hier hinlegen. Okay. Oh, oh. Hä? Jetzt können wir hier hochgehen. Let's go. Jetzt müssen wir hier und da müssen wir, glaube ich, hüpfen, oder? Oh, ja, stimmt. Da müssen wir hüpfen. Der Trick ist einfach nur zu hüpfen und einfach dem Weg folgen. Let's go. So. Okay, das können wir hier auch machen. Das geht auch noch klar. Oha. Hier dann. Ach, das ist so ein Parcours jetzt aber noch. Mit Röhren. Let's go. Ich will jetzt nicht falsch hüpfen. Ah, nee. Okay, okay. Ich bin falsch. Ach doch, ich bin wirklich hier. Also. Schließ die Wale. Ah, sowas zum Beispiel. Aber das Song von Akairobe, ja. Lol. Wenn ihr wisst, wenn ihr nicht wisst, was Akairobe ist, ist das Blackboard-Spiel. Hier nochmal eingeblendet von originalen Sounds. Und was fehlt uns eigentlich noch? Ich glaube, ah, nee. Keins fehlt uns. Dann können wir jetzt hier nach oben. Let's go. Hier hin. Hier hin. Ah, jetzt ist es hier ausgeschaltet. Jetzt stimmt. So, das rennt wir noch hier nach oben. Zack. Wahrscheinlich müssen wir hier lang. Genau. Also eigentlich relativ easy, das Obby, wenn man das schon gespielt hat. Aber ja, ich schaff's nicht die first try. Keine Ahnung. Frag mich nicht, warum. Ich bin einfach gerade ein bisschen gut hier. Oh. Aber ich hoffe nicht, dass ich jetzt hier down gehe. Nein, nein, nein. Ja, nee, jetzt sowieso. Oh mein Gott, Saka, es geht da unten. Bin ich gerade für einen Moment stehen geblieben. Zack. Zack, zack, zack. Let's go. Nach oben. Oh, jetzt gehen wir nach oben? Ah, nee. Hä? Ah, hier hin. Oh. Hm. Okay, habe ich nicht gebossen. Oh. Was ist das jetzt? Okay, okay. Also, hier vorne seht ihr's Essen-Bazooka. Okay, ich warte einfach mal ab, bis es ein bisschen weg geht. Okay, schnell, 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 schnell. Nicht, dass es etwas schwer ist. Hier ist die Bazooka, hier ist die Bazooka. Hier ist Essen. Das Essen sieht ja mega komisch aus. Oh. Das ist so. Hey, das ist so. Hey, das ist so lustig. Wieso explodiert denn der? Komisch. Egal. Gehen wir runter. Oh. Oh. Oh, ich seh mich einfach. Jo, 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 jo. Ist ja gut. Ah. Okay, jetzt können wir weiter game. Easy und einfach nur... ja einfach nach oben ausgang hier ist der ausgang wahrscheinlich ja ich hab's gewusst dass er laser sind oh mein gott wir sind ja gleich beim ausgang leute es geht voll schnelles spiel ich finde es voll geil wie man nach oben fliegt und dann nach laser ausweichen muss ich da ganz genau hier ausweichen hier auch einfach ausweichen ist das jetzt wirklich der ausgang diesen gefängnisdingens ok nutze metallpflanzen metallpflanzen pflanzen sind wirklich pflanzen das spiel ist komisch aber es ist voll krass aufgebaut dass man selber bauen kann haben wir auch mal vorher mal ein video gemacht also video gehabt ja hier noch hier diese pflanze angeblich obwohl ich glaube ich weiß was ist diese metallstangen nenne ich einfach mal ich hoffe es richtig gesagt jetzt können wir weitergeben ok jetzt sind wir hier in der natur oh mein gott ist ein roboter das ist richtig ein bosskampf hier ich muss die minigun wir sind doch richtig f*** Musik hier let's go du kriegst dich nie du kriegst dich nie du kriegst dich nie so gehen wir weiter du kriegst dich nie oh mein gott wir haben es geschafft wir haben den besiegt oh hier ist ein SWAT-Van ich glaube wir müssen uns einsteigen ok let's go wir fahren weg tschüss aus dem gefängnis fahr weg fahr weg oh kaputt hier let's go dann fahren wir hier die Strecke lang im SWAT-Van wieso kann ich mich hier eigentlich selber sehen komisch oh geht's jetzt weiter ne ich komm das ist hier oben der Gewinnerort stimmt ich find's aber lustig wie die Bazooka hier eigentlich schießt voll lustig ja dann machen wir schnell das Hobby hier ok Leute wir haben jetzt das Hobby geschafft und hier ist ein Helikopter aber können wir den benutzen ok ok wir fliegen gerade in ein Helikopter hier ok wo bringt uns hin ok obwohl hier kein Pilot ist ok lol hä ach ach so oh mein gott oh wir haben es geschafft glaube ich und alter was hier ist Barry hier ist Grumpy Granny ok Mr.Fundermy haben wir noch nicht gehabt das haben wir auch nicht gehabt das haben wir auch schon gehabt und ok Leute sonst würde ich einfach mal sagen das war's mit meinem Gaming Video hoffe ihr es gefallen wenn ihr mehr Gaming Videos sehen wollt lasst ein Like und ein Abo da würde mich wirklich sehr 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 freuen checkt meine anderen Kanäle ab würde mich auch echt freuen und wenn ihr Bock auf Discord habt dann kommt da auch gerne rein und ok sonst würde ich einfach mal sagen wir sehen uns bis zum nächsten Gaming Video ciao ciao